Wir sind jetzt bei der Frage, die in den letzten Stunden, muss man sagen, am meisten diskutiert wurde, Sebastian. Ja. War das jetzt die Niederlage, eine Frage der Einstellung oder an was lag es denn dann? Also wir konnten ja jetzt in der Analyse schon herausarbeiten, dass es viele verschiedene Puzzleteile gab, die im Endeffekt dazu führten, dass der VfB hier einfach unterging, muss man so sagen. Aber was Daniel Didawi im Anschluss gesagt hat und was von Waldemar Anton bestätigt wurde, kann man ja nicht wegnegieren. Also das sind ja trotzdem Aussagen, die man erstmal ernst nehmen sollte. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt darüber sprechen und das für uns so ein bisschen einschätzen, hören wir uns ganz kurz mal an, was Daniel Didawi zum Spiel zu sagen hatte. Ich habe einfach aufgehört, da Fußball zu spielen. Ich denke, die ersten 20 Minuten oder 15 Minuten oder was auch immer haben wir das Spiel komplett im Griff gehabt. Und Augsburg kam dann die Verunsicherung immer mehr raus und wir haben den Ball gut laufen lassen. Und dann 1-0, dann hat Chris sich verletzt und dann hören wir wieder auf, Fußball zu spielen. Und ja, keine Ahnung, ich finde heute bei allem Respekt an Augsburg, die haben ihr Ding gemacht, die haben gekämpft nach dem 1-1, die haben sich reingearbeitet. Aber das lag nicht an der Stärke von Augsburg, sondern weil wir einfach eingestellt haben, Fußball zu spielen. Und ja, also heute fand ich die Einstellung nicht gut von uns als Mannschaft. Das hätte ich gefragt, ist der Kampf und die Leidenschaft Ihrer Mannschaft heute ein Stück weit abgegangen dann? Ja, nicht mal der Kampf. Wir haben einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Wir haben nicht mehr dagegen gehalten und haben dann komplett verdient, verloren, haben drei Standard-Gegentore bekommen. Und das ist nochmal, wenn man die ersten 20 Minuten sieht, dann gibt es keine Erklärung, warum wir so das Spiel dann hergeben und so Fußball spielen. Was Sie ehrt, ist, dass Sie nicht auf die Verletztenliste und auf die zwei Ausfälle dann heute gehen. Aber es steht für den VfB Stuttgart jetzt in den nächsten Wochen Abstiegskampf an. Sie wollten ja eigentlich den Sprung raus machen heute. Die Saison ist noch so jung und man sieht es ja, heute hätten wir gewonnen, dann wären wir drei Punkte hinter Platz fünf oder sechs. Und jetzt Abstiegskampf, das nicht. Und die ganzen Verletzten, natürlich gehören die dazu, natürlich ist es Qualität, die fehlt. Aber das lasse ich gelten, wenn meiner Meinung nach heute die Einstellung bei 100 Prozent gewesen wäre und wir dann sagen, okay, es hat nicht gereicht. Dann kannst du sagen, Qualität, viele Spieler fehlen, aber die ersten 20 Minuten haben wir den Gegner komplett dominiert und haben dann einfach ohne Erklärung für mich aufgehört. Und deswegen lasse ich das heute bei dem Spiel nicht gelten. Ja, klare Worte von Dani Di Davi. Und ich kann dir sagen, ich habe das jetzt zum dritten oder vierten Mal gehört, aber diesmal saß ich wirklich da und habe das auch richtig gefühlt, was Dani Di Davi gesagt hat. Er trifft da, glaube ich, mit vielen Aussagen wirklich den Nagel auf den Kopf. Nur frage ich mich, ob er recht hat mit der Aussage, dass es an der Einstellung lag oder aber eigentlich was anderes meinte. Also ich habe für mich jetzt mal so Leistungsbereitschaft so als Wort dafür gefunden, weil, also ich glaube nicht, dass der Großteil der Mannschaft da auf dem Platz steht und sich denkt, das wird schon irgendwie laufen. Also kriegen wir locker hin. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es manchmal wehtut, was ich meine, und der eine oder andere dann nicht bereit ist, über diese Schwelle drüber zu gehen. Also jetzt, mein Trainer hat immer gesagt, den inneren Schweinehund besiegen, aber das ist mir zu viel Stammtisch. Wie schätzt du die Davis-Aussagen ein und wie ernst nimmst du diese Aussage? Na, ich glaube schon, dass das Problem beim VfB aktuell wirklich so ein gruppendynamisches und vielleicht auch ein psychologisches ist. Ob das jetzt Einstellung ist, weiß ich nicht. Also aus meiner Sicht ist es eher das Thema Selbstvertrauen. Also es gibt aktuell, würde ich sagen, in der Startelf keinen Spieler, der sich selbst mehr zutraut, als er kann. Also alle trauen sich eher weniger zu, als sie können. Und das sieht man aktuell wirklich dann im Spiel des VfB Stuttgarts. Also die haben halt einfach kein Selbstvertrauen. Sie sind alle sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt und wissen auch, meine Nebenleute, die sind auch mit sich selbst beschäftigt. Und jetzt guckt ihr die Schlussphase vom Spiel VfB oder Augsburg gegen VfB an. Da ist ein Fabian Bredlow, der hat zwei Tore verschuldet. Der hat einen Ball und muss jetzt überlegen, wo spielt er hin? Ich spiele zu Clinton Mohler, der hat seit anderthalb Jahren kein Bundesligaspiel mehr gemacht. Ich spiele dann zu Stenzel, der spielt in der aktuellen Saison keine Rolle. Oder ich spiele zu Waldemar Anton, der ist nach Corona jetzt gerade wieder zurück. Also woher soll das Selbstvertrauen kommen? Also es braucht Zeit und es ist aktuell sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, dass die Spieler sehr mit sich selbst und ihrer Leistungsbereitschaft und auch Leistungsmöglichkeit beschäftigt sind. Und das ist halt so eine Spirale. Also alle haben ihre eigenen Probleme und deswegen spielt der VfB insgesamt auch nicht so gut, wie er könnte. Also wenn du sagst, woher soll das Selbstvertrauen kommen? Da fallen mir natürlich schon ein paar Punkte ein. Also zum einen natürlich, wenn du in der 93. Minute gegen Union zurückkommst, gegen eine Mannschaft, gegen die es einfach schwer ist, Tore zu erzielen, beziehungsweise, also du bist Bayern München, und es ist auch schwer, nochmal Spiele zu biegen gegen so eine Mannschaft. Wenn du Augsburg in den ersten 15 Minuten hinten reindrückst und eigentlich mit 2-0, vielleicht sogar mit 3-0, wenn ich es jetzt hart ausdrücken möchte, führen könntest, da könnte es ja schon sein, dass man so ein bisschen Selbstvertrauen bekommt. Aber wie David das ja auch ausgedrückt hat, so war es ja auch. Also man hat dann irgendwann aufgehört zu spielen, beziehungsweise man hat nicht aufgehört zu spielen, sondern man hat gespielt, aber im Sinne von, ich kick jetzt hier mal so ein bisschen rum, was natürlich nicht reichen kann. Also im Endeffekt hat man dieses U21-Syndrom, das eben die zweite Mannschaft des VfB oft hat, nämlich dass man... Ich wollte es gerade sagen, da gibt es Parallelen zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft, oder? Ja, ja, dass man das einfach so annimmt, dass man hier mitmachen kann und macht auch Spaß und dann kicken wir mal hier hin und kicken wir mal da hin und dann gibt es halt Gegner, die dich dann einfach niederringen können. Ja, die fressen dich auf, also so geht es halt nicht. Ja, die sind qualitativ nicht besser als du. Nein, natürlich nicht. Die investieren dann in dem Moment mehr und dafür werden sie dann belohnt. Also es gibt zwar immer diesen Spruch, Einstellung schlägt Aufstellung, aber, obwohl ich den nicht so mag, aber jetzt hier gegen Augsburg würde ich schon sagen, da war was dran. Also es waren immer noch genügend gute Spieler auf dem Platz, die den Anspruch haben sollten, gegen Augsburg eben nicht ein 9 zu 4 zu verlieren. Und da bin ich dann bei Didavi. Ja, du siehst halt dann, okay, das ist dann zu wenig. Und was ich dann wiederum gut fand, ist, dass Didavi sagt, natürlich spielen die Verletzten eine Rolle. Ja, aber das ist nicht die Erklärung dafür, dass du nach 20 Minuten aufhörst, deinen Gegner weiter so zu bespielen, wie du es in den ersten 20 Minuten gemacht hast. Und natürlich weiß auch Didavi, in welche Richtung sich sowas entwickeln kann, weil er hat es beim VfB oft genug erlebt und war auch oft Teil dessen, was dann am Ende dabei rauskam, wenn man eben nicht immer in jedem Spiel 100% investiert. Und wie gesagt, am Anfang, oder wo ich zum ersten Mal diese Aussage von ihm gehört habe, ja, fand ich es ehrlich gesagt nicht so gut, weil ich immer noch die Worte nach dem späten Ausgleichstreffer gegen Union von ihm im Hinterkopf hatte. Und jetzt, nachdem ich mir das Spiel mehrfach angeschaut habe und mir, wie gesagt, Didavis Aussage mehrfach auch angehört habe, muss ich immer mehr Daniel Didavi recht geben, mit der einen Einschränkung, dass es für mich nicht nur Einstellung ist, sondern, wie gesagt, das ist für mich eher Leistungsbereitschaft. Jetzt kann man sagen, das gehört zur Einstellung dazu, ist klar, aber es schwächt halt einfach nochmal so ein bisschen die Aussage ab, wenn ich von Leistungsbereitschaft spreche. So sehe ich es zumindest. Einstellung ist für mich dann nochmal, weißt du, nochmal eins drüber, wo ich sage, okay, offensichtlich ist es denen egal, was da auf dem Platz passiert. Und das sehe ich so nicht. Ganz kurz, hören wir uns mal Pellegrino Matarazzo an, wie er das sieht, also was er zum Thema Einstellung zu sagen hat. Einstellung am Anfang des Spiels habe ich kein Problem gesehen. Für mich geht es um eine gewisse Siegermentalität, wenn man in einem guten Spiel ist und es 1-0 führt und den Gegner gut im Griff hat, dann geht es darum, den Gegner in dieser Phase auch zu killen. Ich glaube, wir hatten komplett auch die Spielkontrolle gehabt und wir haben, wie gesagt, nicht mehr so viel für unser Spiel getan. Und wenn wir irgendwelche Wackelphase haben im Spiel, wenn es offensiv nicht gut läuft, dann geht es auch darum, einfach das Tor zu verteidigen. Und das sah in vielen Phasen nicht gut aus. Wie gesagt, Konter, Konter-Sicherung, Gegenpressing, einfach lange Bälle, einfach die Tiefe zu sichern, rechtzeitig und Bälle abzulaufen. Das war nicht so, wie ich das mir vorstelle. Und natürlich kommen Standards dazu. Das heißt, was mir nicht gut gefallen hat, war, wie gesagt, warum wir auch nachgelassen haben in der ersten Halbzeit. Das hat nicht mit Siegermentalität was zu tun. Und wenn wir dann schwimmen, dann geht es auch darum, einfach die Basics abzurufen. Das heißt, gut zu verteidigen und kein Gegentor zu bekommen. Das haben wir nicht getan. Ja, Sebastian, meine Frage jetzt an dich. Stellt Materazzo hier auf seine intelligente Art und Weise die Einstellungsfrage oder leitet er es anders ab, warum der VfB Mitte der ersten Halbzeit eingebrochen ist? Das muss man ja so sagen, wie es ist. Ja, ich finde schon, dass Peligrino Materazzo nach dem Spiel ein bisschen Down klang. Er war zerknirscht, ja. Ja, er war zerknirscht. Also er sagt dann auch, für mich geht es um Siegermentalität. Und am Ende vom Statement sagt er, ja, Siegermentalität ist eigentlich egal. Mir geht es darum, dass wir am Ende irgendwie noch sauber verteidigen und nicht verlieren. Also ja, der hat auch schon gemerkt, mit seiner Mannschaft, da gibt es ein paar Baustellen und die muss er beheben, weil so wie gegen Augsburg geht es nicht. Und also bei allen Statements, die ich von Materazzo nach dem Spiel gehört habe, habe ich für mich persönlich auch die Frage nach der Mentalität, nach der Einstellung schon so unterspällig rausgehört. Ja, also ich glaube auch, Materazzo war so ein bisschen überrascht von seiner Mannschaft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Materazzo sich diesen Spielvorlauf ja, so hätte ausmalen können. Also dass es einfach wirklich so dahin geht dann irgendwann mal. Und er sagt ja, und das ist auch das Richtige, was er da sagt, es kommt dann eben auf die Basics an. Und du triffst hier auf einen Gegner, der es in 90 Minuten dem VfB jetzt aber auch nicht extrem schwer gemacht hat. Muss man ja auch mal sagen. Also die schießen vier Tore und du weißt eigentlich gar nicht so genau, wie sie das hinbekommen haben. Klar, durch Standards. Ist schon klar. Aber ich meine, die kannst du halt auch immer noch am leichtesten verteidigen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, und das kotzt, also mich persönlich kotzt das ja meistens. Das ist das Problem. Du triffst auf einen Gegner, der hat nach neun Spielen fünf Tore geschossen. Fünf, ja. Der Trainer ist in der Diskussion, der Sportdirektor ist in der Diskussion, die Mannschaft ist komplett am Boden und du führst nach zehn Minuten 1 zu 0. Du hast das Spiel im Griff. Also eigentlich kannst du dafür sorgen, dass Weinzierl weg ist, dass vielleicht Stefan Reuter weg ist und dann gibst du es halt einfach so komplett her. Und das kotzt mich so an und das kann natürlich auch in Augsburgern wirklich Aufschwung für die nächsten Spiele geben. Gut, der nächste Gegner ist Wolfsburg. Also das wird schwierig. Ich glaube, dann kommt die Bayern, oder? Ja, vermutlich. Also die haben ein schwieriges Programm, aber trotzdem, also du bist wirklich wieder der Aufbaugegner und der letzte Saison war der VfB der Trainerkiller, ja, gegen Mainz, gegen Dortmund. Also der VfB war der Trainerkiller und jetzt ist es wieder der Aufbaugegner. Und das kotzt mich so an. Also weil das Spiel musst du nicht verlieren und du musst es nicht so verlieren. Ja, also vom Killer war man hier weit entfernt. Ja, ganz weit entfernt, ja. Aber vielleicht können wir einfach nochmal darauf eingehen. Ich lasse jetzt mal Anton einfach weg, weil im Endeffekt bestätigt ja eigentlich nur das, was Didavi gesagt hat und unterstreicht das Ganze noch und sagt, das war das schlechteste Saisonspiel, das müssen wir analysieren und einordnen. Also da gebe ich ihm recht, das war, ich überlege gerade nochmal, aber es war glaube ich wirklich das schlechteste Saisonspiel, vor allem in der Defensive. Offensiv haben wir schon schlechtere gesehen, aber in der Defensive war es einfach zu leicht. Also man stelle sich jetzt vor, man hätte gegen einen etwas besseren Gegner gespielt, man stelle sich lieber nicht vor. Also ich möchte es mal ganz konkret machen. Also was wir sehen, oder was wir eben nicht sehen, es gibt zu wenig zwingende Aktionen des VfB. Also der VfB kommt zwar 13 Mal zum Torabschluss, schießt aber nur 3 Mal aufs Tor. Egal ob Mangala, Klimowitz oder auch Endo, selbst in guten Abschlusspositionen, das haben wir vorhin auch schon mal thematisiert, wird immer wieder das Zuspiel zum Mitspieler gesucht, statt mal selbst abzuschließen. Und das fehlt mir so ein Stück weit, dass man sich da auch so weit emanzipiert hat als Endo, dass man sich solche Schüsse auch einfach mal nimmt. Oder auch Mangala, Ja, vor allen Dingen Mangala, weil der kommt in der Abschlussposition. Also bei ihm kann ich diese Abschlussscheue, möchte ich sagen, ein Stück weit nachvollziehen, weil der halt wirklich nicht besonders gesegnet ist mit seinem Schuss. Also da muss er einfach dran arbeiten. Das unterscheidet Mangala von einem guten offensiven Achter zu einem mittelmäßigen. Ist halt so. Also mit Ball, gegen den Ball, Pressingresistenz, wie er sich aufdreht, wie er Bälle festmacht, alles schon herausragend. Da ist er auf Champions-League-Niveau. Aber was Torabschluss angeht, richtig scheiße. Also das bringe ich jetzt auch mal so auf den Punkt. Das ist einfach scheiße. Ja, da warte ich her. Wahrscheinlich spielt er deshalb noch mit dem VfB. Das ist mit Sicherheit ein Grund. Und die schlechte medizinische Abteilung, die dazu ihren Beitrag geleistet hat, dass er fünf Monate mit einer Muskelverletzung ausgefallen ist, was echt amtlich ist. So, aber wie gesagt, da will ich einfach Abschlüsse sehen. Und da müssen dann auch einfach mal Spieler die Verantwortung übernehmen. Und dass das dann vielleicht ein eingewechselter Fagir, obwohl er ist Stürmer, der wird es noch am ehesten machen. Aber das ist dann vielleicht ein Spieler, der noch nicht so oft gespielt hat, sich vielleicht nicht traut oder dann eben das Zuspiel zu Mangala sucht. Okay, aber dann hau einen raus. Fagir, also Wahid Fagir traut sich immer. Das finde ich halt geil. Also wenn der den Ball hat, dann schließt er ab. Er wird halt immer geblockt, aber er schließt ab. Und das finde ich super. Ja, also das nehme ich nochmal zurück. Der fiel mir jetzt einfach nur ein, weil ich so verliebt bin. Muss ich zugeben an der Stelle. Ja, aber das ist halt dann einfach, wie gesagt, zu ungefährlich und auch unnötig immer verschleppend. Also du brauchst diese Abschlüsse und auch so kreierst du dann vielleicht mal eine Großchance, die jetzt nicht aus diesem Schuss resultiert, sondern vielleicht aus einem Abraller oder aus einer Ecke, die dann darauf folgt. Oder du schießt mal jemanden glücklich in die Hand oder so. Also schieß auf die Bude, erzwinge auch mal solche Situationen für dich. Das kommt zu wenig. Nicht Augsburg übrigens nur noch, um das zu sagen, 18 Torabschlüsse und 10 Mal aufs Tor geschossen. Dann, der VfB bekommt keine Tiefe mehr in seinem Spiel. Koulibaly, Timo Wils-Algadoui, die schaffen es nicht, in die Tiefe zu kommen. Sie haben den Gegner meistens zwischen sich und dem Tor. Und damit meine ich natürlich jetzt nicht, also dann stehst du ja am Abseits, aber damit meine ich halt einfach, wenn sie praktisch mit Ball unterwegs sind, dann ist es nicht so, dass sie in den tiefen Raum starten und dann vielleicht mal einen Geschwindigkeitsvorteil haben, sondern meistens steht halt da noch einer, zwei, drei, vielleicht manchmal sogar vier oder fünf Abwehrspieler zwischen, jetzt nehmen wir halt mal den Klimowitz und eben dem Tor. Und das hat in der vergangenen Saison viel besser funktioniert. Überleg mal, wie oft wir da in der Tiefe waren. Und das war nicht nur ein Silas. Das war auch ein Sosa, das war ein Castro, das war ein Mangala, das war ein Sascha. Gut, der hat dann auch viele Bälle abgelegt. Dafür ist Al-Gadoui da gewesen. Der muss halt dann auch so eingesetzt werden. Dafür wäre er da gewesen. Ja, aber er wird nicht so eingesetzt. Also da fehlt halt auch wieder dieses, dass ich erkenne, die Mannschaft möchte Al-Gadoui jetzt als Wandspieler einsetzen. Das passiert halt nicht. Also du kannst die Bälle nicht einfach nur senkrecht in den Himmel hochschießen und dann fallen die irgendwo in der Nähe des Strafraums runter und dann wird der Al-Gadoui schon irgendwie da rankommen. Ja, das funktioniert halt nicht. Dafür hat halt natürlich auch Augsburg und nicht nur Augsburg, sondern eigentlich fast jede Bundesligamannschaft kopfball starke Innenverteidiger. Das ist nicht so leicht. Und gegen Augsburg stand der VfB nicht einmal im Abseits. Und wir haben es letzte Woche schon gesagt, da haben sie es zweimal geschafft. Nach der 82. Minute. Das zeigt mir halt auch, dass man viel zu selten dieses Antrittstempo für sich als Vorteil ausspielt. In Koulibaly ist in der Endgeschwindigkeit deutlich langsamer als in Silas. Aber die Antrittsgeschwindigkeit ist richtig gut bei ihm. Aber das siehst du halt gar nicht. Das wird nicht eingesetzt. Von ihm nicht und auch nicht von seinen Mitspielern. Wie soll man sagen? Sie spielen ihn dann auch nicht richtig an. Beziehungsweise, wenn ich es genau überlege, jetzt muss ich das wieder zurücknehmen, weil Koulibaly oft auch diese Räume gar nicht erkennt, die er anlaufen müsste, um eben so angespielt zu werden. Klimovic ist übrigens auch so ein Kandidat, der oft diese Räume eben nicht so wahrnimmt, wie das andere schon getan haben. Ich möchte jetzt nicht schon wieder mit Castro anfangen, aber es ist halt einfach so. Und hierfür muss Matarazzo einfach Lösungen finden. Das Angriffsspiel des VfB muss wieder facettenreicher werden. Das Anlaufverhalten der Achter muss bedingungsloser werden. Auch da, das ist immer so ein, wenn ich den, es tut mir echt leid, Matteo, aber es ist halt so, wenn ich das sehe, wie er da so rumtrabt und so. Junge, lauf an! Und wenn er, also ich habe bei ihm das Gefühl, ich habe bei ihm das Gefühl, er weiß nicht, warum genau er jetzt hier anläuft und was da seine Aufgabe ist. Er macht es, weil es ihm immer gesagt wurde, aber auch wie er anläuft, wie er sich positioniert, wie er mit dem Deckungsschatten sozusagen spekuliert, was passiert in seinem Rücken. Also es ist total absurd und das hat er auch schon besser gemacht. Also da, da kann ich jetzt auch nicht sagen, okay, das hat was mit Selbstvertrauen zu tun. Also das ist doch nun wirklich einfach, aus meiner Sicht, einfach energisch den beiführenden Innenverteidiger, Sechser wie auch immer, anzulaufen und dabei halbschräg am besten anzulaufen, sodass du im Deckungsschatten noch irgendwie den zweiten Sechser oder von mir aus den Achter, der sich fallen lässt, mit abdeckst. Macht er halt nicht. Macht er halt nicht. Der ist im Endeffekt vorne einfach verschwendet. Diese Position, die er da einnimmt, ist komplett verschwendet. Der könnte sich auch hinsetzen, wenn der Gegner einen Ball hat und es würde sich nichts ändern. Ja, und das gilt nicht nur für ihn, das machen auch andere Spieler nicht gut, muss man sagen, aber er ist halt in einer wichtigen Position, was das Anlaufen angeht. Und wenn du das jetzt mal vergleichst mit einem Didavi und auch mit Chris Führich in den ersten 15 Minuten, das ist was ganz anderes. Das ist gefühlt ein anderer Sport in dem Moment. Muss man so sagen, wie es ist. Daran muss gearbeitet werden. Du musst hohe Ballgewinne erzwingen. Der Weg zum Tor muss kurz sein. Ja, und auch mit diesen früh gewonnenen Bällen kannst du eben wieder die Antrittsschnelligkeit von einem Kulibadi einsetzen oder von einem Fagir, der ja auch ein gewisses Tempo hat und dann die Geilheit, Torabschüsse anzuhäufen. So, dann Ballgewinne. Habe ich gerade eben schon thematisiert. Ja, okay, aber die Anschlussaktion, die wirkt beim VfB total planlos. Der VfB ist eine der zweikampfstärksten Mannschaften der Bundesliga. Und wenn man sich sieht, was nach gewonnenen Bällen mit diesen passiert, da frage ich mich, was soll denn das? Also, man erobert viele Bälle, schaltet dann aber nicht schnell um beziehungsweise braucht zu lang für den Angriff. Also auch hier mehr Mut, mehr Vertikalität. Also, du siehst dann auch wieder, es wird jetzt nicht unbedingt klassisch quer gepasst, so wie es ein Carasso unterweiter getan hat, aber es wird auch nicht mehr so vertikal gespielt, wie es noch in der letzten Saison der Fall war. Also auch hier wünsche ich mir mehr Mut zum einen und auch das Verständnis der eingesetzten Offensivspieler und das Verständnis für den Raum, der sich dann auch öffnet, wenn du den Ball gewinnst. Also du siehst dann oft, der VfB hat Räume, auch gegen Ausdruck war das der Fall, aber keiner läuft diese Räume an und das finde ich, kannst du trainieren. Das muss ein Automatismus sein. Wenn Spieler A den Ball gewinnt, muss ich Spieler B in diesen Raum begeben beziehungsweise kannst du dann auch überkreuzen, also dass du dann einfach Innenverteidiger mit dir mitziehst und so dann andere Räume öffnest für nachrückende Achter. All das ist ja möglich. Und abschließend, Sebastian, es ist zwar eine Floskel, aber es ist wahr. Ja, also darauf kommt es auf meiner Sicht jetzt an. Die Stärken stärken und die Schwächen schwächen. Ich sehe jetzt schon alle, wie sie in der S-Bahn sitzen und sagen, oh, aber es ist halt so. Ja, klar ist es so. Der VfB ist schnell, der ist trippelstark, der ist passstark, mach was draus. Ja, auch gegen Augsburg kann der VfB 65 Prozent seiner Dribbling-Versuche erfolgreich abschließen. Wir reden hier nicht von fünf Dribbling-Versuchen, ich glaube es waren 20 oder 21. Also das ist eine absolute Stärke. Ein Dribbling führte, wenn du so willst, sogar zur Führung. Diese einzelne Aktion von Führig, das war der Unterschied in den ersten Minuten. Ja, und hier erwarte ich noch mehr solcher Aktionen. Die haben natürlich was mit Mut und Selbstvertrauen zu tun, aber das musst du dann halt einfach auch machen. Und man hat ja gesehen, gegen Augsburg hat es ja funktioniert. 65 Prozent gewonnen Dribblings ist kein schlechter Wert. Dazu wird das vorhandene Tempo nicht ideal eingesetzt. Da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Spieler wie Tongi Koulibaly können in Umschaltsituationen Räume öffnen, indem sie entweder im Zentrum kreuzen oder einen Verteidiger binden und an den Strafraum ranziehen und so dann wie gesagt Räume öffnen für nachrückende Spieler. Ja, mir fehlen auch mal Longline geschlagene Bälle und Läufe bis zur Grundlinie. Wo sind denn die scharfen Hereingaben von der Torauslinie auf Höhe des Elfmeterpunkts? Und dann sind wir beim nächsten, wie ist denn eigentlich unser Strafraum besetzt? Ja, also da sind ja oft, also wie sagt man denn, so Sahara-ähnliche Zustände, nur dass da nicht Wasser fehlt, sondern Offensivspieler im Stuttgarter Strafraum. Also das ist ja absurd zeitweise und du hast wie gesagt die Zweikampfstärke, du hast eine Stärke in Kopfball-Duellen und um das noch abschließend zu sagen, es gibt natürlich auch Schwächen, an denen man arbeiten muss. Ich habe ja gesagt, Stärken, Stärken, die haben wir aufgeführt und Schwächen, Schwächen und bei den Schwächen sehe ich halt die defensive Zuordnung. Daran muss man arbeiten. In der Offensive gibt es eine schlechte Strafraumbesetzung, habe ich gerade eben schon thematisiert. Daran muss man arbeiten. Die Übergabe war vor ein Thema. Übergabe gegnerischer Spieler zwischen den Mannschaftsteilen. Auch daran musst du arbeiten. Du musst das Pressingverhalten verbessern. Du musst in Sachen Rückwärtsbewegung, nach Ballverlusten, besser arbeiten, zielstrebiger arbeiten, schneller umschalten, schneller wieder in der Situation sein und da bin ich bei Materazzo, die Basics dann abrufen, sich ordentlich positionieren, absprechen, Bälle ablaufen. Das kann man relativ leicht hinbekommen, wenn der Gegner die ganze Zeit einfach nur nach vorne holzt. Und es fehlt ein Verbindungsspieler und das ist für mich ein ganz großes Problem zwischen Mittelfeld und Sturm. Da sehe ich keinen. Materazzo möchte, glaube ich, dass Klimowitz diese Aufgabe übernimmt. Funktioniert nicht. Führig, das ging einigermaßen gut. Marmouche war im Endeffekt der Verbindungsspieler und es fehlte dann ein Stürmer. Den brauchen wir eigentlich vorne. Also vorne und zwischen den Linien, klar, Problem. Aber da musst du auch eine Lösung für finden. Sonst wird das sehr zäh in den nächsten Monaten. Und jetzt bin ich mit meinem Monolog fast fertig. Muss dich jetzt aber mal zu Wort kommen lassen, sonst fühle ich mich schlecht, Sebastian. Hast du was zu ergänzen? Ne, ich kann nichts ergänzen, aber ich würde dich gerne fragen, in welchem Spielfeld liegt der Ball? Bei der Mannschaft oder beim Trainer? Um die Baustellen zu beheben, die du jetzt angesprochen hast, die ich genauso sehe. Ja, also beim Trainerteam und natürlich bei der Mannschaft. Also das ist ja ein Kollektiv. Aber erst mal mit dem Trainerteam, oder? Also die müssen vorlegen und Vorgaben geben, weil ich hatte gegen Augsburg schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft da auch nicht so richtig wusste, was sie dann machen soll. Ja, wenn, also das kann ich jetzt nur beurteilen, wenn ich wüsste, was im Vorfeld besprochen wurde. Ja, natürlich, ja klar. Ja, und welche Prinzipien beziehungsweise Automatismen Materazzo mit seiner Mannschaft bislang eingeübt hat. Es würde mich aber extrem überraschen, wenn Pellegrino Materazzo nicht die gleichen Erkenntnisse hätte, wie ich, beziehungsweise es würde mich eher überraschen, wenn er nicht noch bessere hätte. Also ich gehe davon aus, dass all das, was mir auffällt und wahrscheinlich komplett falsch ist, ich weiß es nicht, also das, was ich halt gesehen habe, das hat er auch auf dem Zettel. Und er wird daran arbeiten mit seinem Trainerteam und dann eben mit den Spielern. Und ich glaube, der Schlüssel liegt eigentlich darin, dass der VfB es schafft, sich auch wieder zu belohnen gegen Bielefeld dann eben. Ja, also am besten relativ früh in Führung gehen und dann eben nicht nachlassen. Also hier ist man mehr oder weniger selbst dran schuld gewesen und da bin ich ganz bei Didabi. Es lag nicht daran, dass führig ausgewechselt wurde, sondern es ging schon vorher los, dass man dann nicht mehr zielstrebig vertikal nach vorne gespielt hat, sondern sich dann irgendwie wieder da im kleinen Kleinen selbst aufgegeilt hat. Nee, spielt die Dinger einfach entschlossen zu Ende. Und für einen Klimowitz muss in Umschaltssituationen einfach ganz klar sein, was er macht. Er kann, es kann nicht sein, dass er in dieser einen Umschaltssituation, ich meine, in der 20. war es, über die wir gesprochen haben, dann mehr oder weniger anhalten muss mit dem Ball, um kurz zu überlegen, spiele ich jetzt auf den Al-Ghadouje oder laufe ich weiter? Och Gott, ich laufe weiter. So, und das ist halt, das dauert halt einfach zu lang. Und das sind so Abläufe, die müssen sitzen. Das muss, das muss klar sein für ihn und das ist es nicht. Und wenn er damit überfordert ist, dann ist er kein Mann für die Startelf. Dann muss er halt einfach später eingewechselt werden. Dann musst du es anders lösen. Ja, dann musst du vielleicht auch dein System ein Stück weit anpassen und vielleicht dann doch mehr lange Bälle einbauen und versuchen, fällt mir natürlich jetzt auch schwer, den Stürmer zu nennen, der den verarbeitet. Al-Ghadouje oder, was hast du noch für Optionen? Dann bist du schon bei Frank. Alu-Kwoll, komm. Ja, Alu-Kwoll. Ich glaube, wenn Frank Warenhorst hören würde, dass Alu-Kwoll jetzt bei der ersten spielen muss, hängt er seine Magnettafel an den Haken. Sagt er, komm, wir lassen es. Ich komme nachher noch drauf zu sprechen, wer jetzt gegen Homburg im Sturm gespielt hat. Ich kann es schon sagen, Richie Weil. Damit weißt du alles. Okay, ja, alles klar. Er sieht nicht gut aus bei der zweiten Mannschaft. Aber Alu-Kwoll, wäre eine Cinderella-Story, aber sehe ich nicht. Ja, also und dann ist natürlich die Mannschaft gefordert, ganz, ganz klar. Und da nehme ich jetzt nicht irgendwie die Jüngeren raus oder so. Jeder sieht, was auf dem Platz los ist. Jeder sieht, wie man sich präsentiert hat gegen eben Augsburg. Und man hat auch gesehen, was passiert, wenn man sich wirklich bis zur letzten Minute voll reinhängt. Gegen Frankfurt, gegen Union hat das funktioniert. Und wenn du diese Mentalität in der Mannschaft hast, glaube ich, verlierst du die nicht innerhalb von 90 Minuten. Also ich glaube, was man auch nicht außer Acht lassen sollte, jetzt bei dieser Niederlage, ist eine gewisse Kraftfrage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann wirklich bei manchen Spielern, natürlich nicht ab der 20. Minute, aber hinten raus dann einfach, es war zu viel. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Kondition an sich, sondern auch das im Kopf. Auch das musst du verarbeiten. Du hast ständig mit Rückschlägen zu kämpfen. Das ist nicht einfach so wegzuwischen. Also du hast ja das Spiel gegen Köln, bist eigentlich ganz okay im Spiel. Erste Halbzeit ist so lala, aber nicht schlecht. Du bist im Spiel, dann bringen die den Modest und der zerfickt dir halt einfach da deine Pokalträume. Ja, muss ich so sagen, wie es ist. Das macht dich halt kaputt irgendwie. Und du merkst, danach geht gar nichts. Du kannst nichts machen. Du kannst dich nicht, du bist einfach nur unterlegen. Das ist wie, wenn ich Call of Duty spiele. Da habe ich auch noch 20 Minuten keinen Bock mehr, weil ich einfach die ganzen zwölfjährigen mich da einfach abbattern die ganze Zeit. Das ist vielleicht nicht der beste Vergleich, aber ja, darauf will ich eigentlich hinaus, dass du vielleicht den Jungs jetzt auch mal vom Kopf ein bisschen Ruhe gönnen musst und ich glaube, die wissen schon, auf was es ankommt. Also das hat ja auch in der vergangenen Saison durchaus funktioniert. Aber man muss hier und da an gewissen sogenannten Stellschrauben drehen. Auch das wieder voll Stammtisch. Aber es ist halt so und die Stellschrauben haben wir ja vorhin schon relativ gut rausgearbeitet. Also es ist jetzt nicht nur einfach nur das dumme Gelaber von irgendwelchen Stellschrauben, sondern wir haben glaube ich schon ganz gut jetzt aufgeschlüsselt, wo man sich verbessern kann und wo man schon ganz gut ist. Und ganz zum Schluss vielleicht jetzt noch von mir Folgendes. Ich hoffe wirklich, dass alle verstanden haben, was Abstiegskampf bedeutet. Abstiegskampf heißt für mich, dass man bis zum Saisonende um den Ligaverbleib zittern muss und jeden Punkt benötigt. Und so muss auch die Mannschaft auftreten und wir Fans müssen natürlich das auch so annehmen. Wir müssen den Status Quo vernünftig einordnen. Das berichte ich jetzt sozusagen an mich selber, an dich, an alle Fans. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der ein oder andere, wie erkläre ich das jetzt? Also manch einer scheint das Erreichen der Abstiegszone mit dem Scheitern des Projekts Materazzo Missenthal gleichzusetzen. Nicht alle, die meisten können das gut einschätzen, aber es gibt schon auch Stimmen, die dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehen. Was ich fatal finde und absolut falsch. Jedem muss einfach klar sein, dass eine 40-Punkte-Saison ein Erfolg ist für den VfB und keine Selbstverständlichkeit. Und wir können nicht bei der ersten Krise können wir jetzt nicht anfangen, den Trainer infrage zu stellen und die Transferphilosophie von Sven Missenthal. Wir können darüber sprechen. Wir können auch sagen, was man hätte vielleicht anders machen können. Wir können Spielsysteme infrage stellen oder beziehungsweise unsere Ideen mit einbringen. Aber was wir jetzt immer wieder gesagt haben, ist, der VfB braucht Kontinuität auf der Trainerposition. Und das heißt nicht, dass man diese braucht, wenn man einen guten Trainer hat und andere Mannschaften den gerne abwerben möchten, sondern in solchen Phasen, die wir jetzt erleben, und wir sind noch nicht mal mittendrin, das kann auch schlimmer werden. Oh ja. Da muss einfach auch das Umfeld die Fresse halten und damit meine ich nicht nichts kritisieren, sondern eben nicht anfangen, ja, das geht so nicht weiter mit Materazzo, immer mit diesen jungen Spielern und alles scheiße. Ja, wollt ihr Aogo? Dann geht nach Dubai. Ja, oder was weiß ich. Geht nach Belgien und jubelt da ein Ding zu. Wie heißt der denn? Beck? Das ist doch immer krachend gescheitert. Dass das funktioniert, haben die doch bewiesen. Jetzt gebt den Jungs auch das Vertrauen, was sie sich verdient haben mit einer tollen Saison im vergangenen Jahr. Die haben sich das jetzt verdient, dass wir hinter denen stehen und das nicht gefiffen wird. Das ist auch nochmal so ein Thema gewesen. Haltet doch eure Scheißfressen auf der Haupttribüne. Wenn die junge Mannschaft da 90 Minuten kämpft, am Ende nicht mehr kann, dann pfeife ich die doch nicht aus. Ihr müsst ja nicht applaudieren, aber warum pfeift ihr die denn aus? Wer macht denn sowas? Die haben sich doch reingehauen. Die haben gegen Union bis zur 93. Minute sich den Arsch aufgerissen und sich belohnt. Und die haben auch gegen Köln versucht, was ging. Mehr ging nicht. Das muss man doch erkennen. Also ich gehe davon aus, dass die Menschen, die auf der Haupttribüne sitzen, ja auch ein bisschen was in der Birne haben. Dann pfeift doch nicht. Nicht alle. Ja? Es sind nicht alle, die auf der Haupttribüne sitzen, irgendwelche Vollidioten, die pfeifen. Das muss ich einfach mal so sagen. Aber es ist einfach unangemessen, nach so einem Spiel zu pfeifen. Dann steh auf von deinem Ledersitz und geh in die Loge und kipp dir da ein Viertel rein. Aber dann zu pfeifen, wie scheiße ist denn das, Mann? Da sind 18-Jährige auf dem Platz, die zum ersten Mal vor Zuschauern spielen und die werden nach drei schlechten Spielen ausgefiffen. Das ist doch peinlich. Da lasse ich mir die Cannstatter Kurve gefallen, die die Jungs mit Applaus verabschieden. Die haben auch alles so einen Hals gehabt. Die wollten auch weiterkommen. Aber wir müssen da zusammenhalten, alle. Und wer halt einfach dann sauer ist, okay, dann klatschst du halt gegen Köln nicht, aber pfeifen nicht. Lass uns das zusammen durchstehen und wir schaffen das. Da bin ich mir sicher. Der VfB ist gut aufgestellt. So. Sorry, Sebastian. Ich bin komplett bei dir. Also wirklich, komplett bei dir. Also auch wenn es gerade scheiße läuft und jetzt gegen Bielefeld wirklich ein entscheidendes Spiel ansteht. Ja, ich bin da wirklich sehr, sehr bei dir und auch noch komplett relaxed, weil ich glaube, dass einfach die sportliche Führung weiß, was das Team kann, was das Team nicht kann. Man an dem arbeitet, was das Team nicht kann, um das irgendwie abzustellen. Aber ja, ich bin auch noch relativ entspannt tatsächlich.